Hallo, grüßt euch. Ja, es hat zu länger kein Video gegeben, seit langem wieder einmal. Und ja, der Titel, der Bankencrash, wir werden alles verlieren, das ist ein Thema, das ja schon seit einigen Jahren aktuell ist. Man muss immer davon ausgehen, dass nicht sofort der Crash kommt, sondern diese stille Enteignung, die wir ja jetzt schon über Jahre erleben, dass alles die Teuerungen, wenn man alles sozusagen diesen richtigen Warenkorb zusammenstellt, dann sieht man eindeutig, dass alles teurer geworden ist. Teilweise Entwertungen, jetzt auch wo die Zinsen wieder gestiegen sind, haben viele dann Verluste gemacht, speziell bei Immobilien und so weiter, weil ja die Zinsen jetzt viel höher sind zum Zurückzahlen. Das heißt also, wir haben ja verschiedene Positionen, an verschiedenen Positionen wird uns sozusagen immer mehr Geld weggenommen. Und enden wird das in einem Totalkrash, also einem Totalzusammenbruch. Wir werden alles verlieren, 98% aller Vermögen wird aufgelöst werden. Das sagen schon viele, viele Experten, ob das jetzt der Markus Krall ist oder der Max Otte, das sind sozusagen immer diese Crash-Propheten, die ja in der Vergangenheit immer exakt das Richtige vorher prognostiziert haben. Wenn man jetzt diesen Aufmerksamkeit schenkt, diesen Leuten, erklären die einem das sehr, sehr gut. Denn natürlich, das ganze Wirtschaftskonstrukt ist sehr komplex. Man sieht sehr, sehr schwer durch, aber man braucht ja nur draußen die Realität beobachten, was wir haben. Wir haben Corona gehabt, wir haben den Krieg, wir haben jetzt diese Energiekrise. Ja, es brodelt sozusagen an allen Ecken und Enden dieser Welt. Und ja, es ist einfach so, denken wir einfach zurück, wie noch vor zwei, drei, vier Jahren die Leute geredet haben, man geht, wird doch eh nie was kommen, kann nichts passieren. Und jetzt ist das schon fast Mainstream, schon fast normale Beobachtung, dass man sagt, ja, es ist jetzt alles sehr, sehr realistisch, dass das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Oder es ist ein Kartenhaus, was aufgebaut worden ist über Jahrzehnte, alles auf Schulden, alles auf Bomben, der ganze Wahnsinn. Und alles wird natürlich jetzt crashen und denen kommt keiner. Wir alle werden gewaltig verlieren. Diejenigen, die natürlich mehr haben, werden mehr verlieren. Die, die wenig haben oder nicht viel, denen wird es nicht wirklich auffallen. Aber ich glaube, viel schlimmer ist das Psychische. Wie kann ich mich psychisch stärken, wenn ich weiß, okay, ich werde jetzt demnächst sehr viel verlieren. Oder habe vielleicht schon viel verloren. Und jetzt geht es wirklich darum, nicht das Ganze zu bekämpfen. Und dass man sagt, ich muss jetzt überlegen, welche Strategien kann ich anwenden. Natürlich ist es gut, wenn man schon Vorsorge leistet, gewisse Sachen, Edelmetallen umtauscht und so weiter, sich reale Werte zulegt, die dir dann letztendlich keiner nehmen kann. Aber, was ich meine, viele glauben, sie können gegen all diese Systeme kämpfen, die jetzt auf uns einwirken, die uns da jetzt zerstören wollen. Und ich frage mich, wie viel Sinn das macht, wie viel Einfluss haben wir. Natürlich sagt man, jeder Einzelne ist wichtig und hat einen Einfluss. Ja, das glaube ich auch. Aber jeder Einzelne hat doch selbst die Möglichkeit, sich selbst geistig zu stärken, sondern einmal umgekehrt denken. Was würde ich machen? Was wäre ich für ein Mensch, wenn sie mir alles wegnehmen würden? Wäre ich dann noch überlebensfähig? Oder durch was identifiziere ich mich? Brauche ich den ganzen Reichtum? Brauche ich den ganzen Materialismus, um Mensch zu sein, um mich vor andere gut darzustellen, wie auch immer, oder meinen Selbstwert aus dem herauszunehmen, aus meinem Vermögen, wie auch immer. Weil das, das ist das Entscheidende und das ist das viel Wichtigere. Also man kann gerne mal auf Demos gehen oder sich Strategien überlegen, wie ich den Reichtum nicht verliere oder meine Sparguthaben oder wie auch immer. Aber parallel dazu ist es ganz, ganz wichtig, sich zu stärken und zu sagen, okay, selbst wenn ich alles verliere, ich bin psychisch, geistig noch voll da, also ich hänge mich nicht an einem nächsten Baum auf. Was natürlich auch der eine oder andere tun wird, das ist dann auch eine schlimme Sache, weil es hat es immer schon gegeben in der Geschichte, die dann alles verloren haben und alles, ihren ganzen Selbstwert auf Reichtum, Ansehen und so weiter aufgebaut haben, dann so einen Einbruch haben, dass sie sich dann oft sogar das Leben nehmen. Und das ist eine sehr, sehr kranke Einstellung und das muss ich mir eigentlich jetzt schon bewusst sein, ob ich überhaupt so ein Typ bin. Denn wenn ich so ein Typ bin, dann wird es jetzt schleunigst Zeit, dass ich mich mit geistigen Dingen auseinandersetze, dass ich den Wert woanders suche, in der Natur, in der eigenen Gesundheit, im Sozialen, im Miteinander, im Lachen, Humor, Spaß, Freude, all das hat ja nichts mit irgendwie Geld oder irgend sowas zu tun. Natürlich ist Geld gut, wenn man es hat, ja, man kann sich einiges leisten und man kann sich schöne Sachen, aber es muss immer so eine Doppelstrategie, muss man fahren. Immer im Auge behalten, bin ich überlebensfähig, wenn ich all das verliere. Und das ist so entscheidend jetzt in dieser unserer Zeit. Wir können Glück haben, der eine oder andere hat Glück, wird es wahrscheinlich schaffen, aber was ist mit den, die wirklich auf einmal aufs falsche Pferd gesetzt haben und alles verlieren. Und dann ist es wichtig, geistige Stärke zu haben, die Persönlichkeit gestärkt zu haben, dass ich durch diese Krise durchgehen kann. Und nur das ist jetzt wichtig, uns mit dem auseinanderzusetzen und auch in YouTube Sachen herauszusuchen, Videos zu suchen, die genau über solche Themen aufklären, die sagen, wie komme ich durch Krisen durch, wie kann ich mich geistig stärken, wie kann ich mich unabhängig machen von irgendwelchen Zwängen. Ich glaube, auch das wird ganz, ganz wichtig und das sollte jeder jetzt am Schirm haben, was da jetzt auf uns zukommt. Und ganz egal, auch selbst wenn Krieg kommen würde oder in unsere Regionen auch, es wird immer gefährlicher, dass sich der Ukraine-Russland-Krieg bis Europa ausweitet. Was machen wir dann? Sind wir, haben wir so eine geistige Stärke? Sind wir gefestigt, gegen sowas psychisch überhaupt anzukommen, ohne dass wir verzweifeln, ohne dass wir in Selbstmitleid verfallen? In dem, ja, da gibt es viele Beispiele. Und wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, mache ich ja schon seit, heute ist mittlerweile der 21. Tag, wo ich nichts esse, wo ich nur Säfte trinke. Und das ist auch für mich so eine Art Vorbereitung. Wenn es einmal, ja, tagelang oder wochenlang nichts zu essen gibt, dann weiß ich mit einer gewissen Gelassenheit, ja und, ist mir ja furz, weil, ich meine, ich mache jetzt 40 Tage ohne Essen, wenn man das jetzt schon einmal durchgetestet hat, dann reagiere ich ja ganz anders in so Notsituationen. Und kommt so eine Notsituation nie, ist es ja auch gut, ja. Dann hat es zumindest eine gesundheitliche, reinigende Wirkung gehabt. Das heißt, alles, was man jetzt schon probt, wo man sich vorbereitet, selbst wenn etwas nie kommen sollte, dann ist das eine Abwechslung zum Alltagsleben. Einmal aus, einmal, ja, heraustreten aus diesem Hamsterrad. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man das macht, weil man sich persönlich stärken kann und immer für solche Sachen, für mögliche Krisen extrem gut gerüstet ist. Und jeden Tag sollte man sich vorbereiten, jeden Tag das Hirnkast reinschalten und immer eigentlich bereit sein, aber nicht bereit in der Angst, ja, dass ich da hänge und fürchte mich, sondern alles in einer Gelassenheit. Denn, ja, wie gesagt, je besser ich vorbereitet bin, desto gelassener kann das alles auf mich zukommen. Und, ja, und kommt es nie, dann habe ich im Leben sehr viel dazugelernt, egal in welchem Bereich ich mich vorbereitet habe. Ja, denkt darüber nach und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen ermutigen zu die schlimmen Sachen, die vielleicht demnächst auf uns zukommen, dass ihr das alles ein bisschen gelassener seht. Also dann bis zum nächsten Mal, weil mich, tschüss, pfittig. Also dann bis zum nächsten Mal.